Moin liebe Leute wir melden uns heute mal wieder aus Eisenach. Montag ist ja klar. Montag ist Spaziergang in Eisenach. Wir geben nicht auf. Wir kämpfen weiter. Und sehr windig. Und eisig. Eisiger Wind. Aua nützt ja nichts. Ja heute ist es erst um 9 Uhr. Also Stunde später als sonst. Die Zeit hat er zugemacht. Also dass wir laufen können. Nehme ich mal an. Sonst ist es ja hier um. Heiden muss los. Geht auch gleich los. Geht auch gleich los. Das ist ein bisschen. Geht auch gleich los. Geht auch gleich los. Laufen über die Gäbsterneige. Die Kamera an. Wir haben ja auch noch eine Thüringen-Fahne mitredet, weil es hieß ja alle Thüringen-Fahnen mitbringen, aber ich weiß nicht ob dieser Klappstock da, dieser komische, das Stäbchen von Amazon, ob das hält, bei dem Band. Da werden die Banner ausgebreitet. Und jetzt geht's los. Gleich. Und jetzt geht's los. Geht's los. Geht's los. um das auch wieder da die macht Musik Musik Frieden, Freiheit, Souveränität! Frieden, Freiheit! Frieden, Freiheit, Souveränität! Frieden, Freiheit! Frieden, Freiheit, Souveränität! Frieden, Freiheit, Souveränität! Widerstand lässt es nicht verbieten! 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 Widerstand lässt es nicht verbieten!